Hallihallo! Wie ihr seht passiert hier richtig viel. Das Haus ist jetzt komplett das nächste, das übernächste. Hinten am Bildtower wurde jetzt schon verputzt, Modellierspritz drauf. Dann haben wir hier die Vorbereitungsarbeiten für die mittleren vier Häuser, die auf dem Marktplatz stehen. Da drin kommen auch immer weiter, da ist ja der Fußboden jetzt mittlerweile schon sehr weit. Hänge ich euch hier aber gleich hinten dran. So, die zwei Oberen und die zwei Oberen sind heute gekommen. Hier ist schon die Richtschnur, wo die nächsten beiden Gebäude hinkommen. Und hier ist der Bildhauer. Schon gut weit vorbereitet. Die Wand schon modelliert. Ich glaube die hintere müsste inzwischen auch weitestgehend modelliert sein. So, im Zeltfleisch werden ja auch noch Möbel vorbereitet. Hänge ich euch auch gleich hinten dran. Na dann, hier Stadtmauer einmal in Gitter. Das wird dann wahrscheinlich auch diese Woche noch vorgespritzt. Ja, und das Team ist diese Woche auch echt gewachsen, dass man jetzt hier mit der Vielzahl an neuen Containern auch wirklich richtig gleich loslegen kann. Wir haben uns jetzt sowohl schon ein paar Linien vorgezeichnet. Wir haben uns jetzt sowohl schon ein paar Linien vorgezeichnet. Dann liegen die Bierdecke bereit. Natürlich erstmal noch ein paar. Ja, und dann geht das los. So, die Grünen sind. Alleine. Ja, und dann gehen die bombs. Ja. Ja, ich bin Dank. Wir machen das bei mir. Jäuble. Ja, ich bin Dank. Ich bin Dank. Ja, ich bin Dank. Wir haben ja hier in die Hedeta. Ich bin Dank. Ja, ich bin Dank. Ja, ich bin Dank. Ja. Ja, ich bin Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020